Oh Gott, ein dicker. Ach, da haben wir noch zwölf Batterien. Okay, Ruhe. Einglück spiel ich noch einmal. Ich denke mal, dass man auf den anderen Schwierigkeitsgraden deutlich weniger Munition und Batterien hat. Und hier ist auch Sackgasse, aber das ist klar. Ich hätte gedacht, dass in irgendeiner Sackgasse noch eine T-Kanne steht. Klamus Flasche, das ist auch nix. Yes, jetzt wahrscheinlich links lang. Durch den Garten gelangen. Ich finde das Licht auf der einen Seite ist sehr toll, aber auf der anderen blendet das so. Also, wenn man von innen rausguckt, das ist echt ein bisschen blöd. Durch den Garten gelangen, ja herrlich. Und da oben gibt es eine Vogelparty. Das wird schon so, tschau. Let's have a bird party. Oh nein, wir werden aber nicht gegen die beiden kämpfen müssen, oder? Wenn er es tatsächlich geschafft hat, sie zu bekehren. Ist das jetzt der Gehilfe? Oh, der frisst ganz schön Strom. Hm, viel zu spät. Kommt her Vögel. Läuftfacke, jawohl. Wo ist er hin? Da. Da haben wir ihn. Nice. Dann schnell hier hoch. Ich füge sich hier durch die Landbank. So. Ja, tun sie. Dann sollten wir eventuell gleich mal das Schuh mit der Leuchtpistole reinhauen. Herrlich. So, dann komm mal her, ihr Süßen. Na, kommt. Wobei, ne, wir sparen uns die Leuchtpistole auf. Die ist einfach zu stark. Wir machen die hier lieber so. Das kostet uns keine Akku. Keine Batterie. Keine Munition. Kommt her. Vögel jetzt. So, das war's, hm? Okay. Ja, was war das jetzt? Das war der Bodyguard, oder? Von Dr. Hardman. Und auf den Kopf, komm, nochmal. Wir brauchen auch auf den Kopf so viele Schüsse. Schade, ich dachte man könnte da eventuell ein bisschen Munition schreien. Dann hat er dieses schöne Ei hier runtergeworfen. Dies hier. Oh, das ist doch auch fast ein bisschen leicht für Beton, ne? Gucken wir mal, ob hier hinten noch was liegt. Ne. Okay. Hier geht's wieder. Uhuhuhu. Ziemlich tief runter. Aber das sind wir ja inzwischen gewohnt. Die hier hinten schon wieder so eine Stammel. Ich hätte es ja auch nicht gewundert, wenn hier Beerenfällen im Garten liegen. Hier geht's noch um. Achso, das sind die Raben. Die Krälen. Die Wadengelang können wir hier schon irgendwas sehen. Vorher sieht's ein bisschen aus wie ein Platz. Das heißt, es könnte noch ein zweiter Bosskampf kommen. Wenn man das eben als Bosskampf bezeichnen möchte. Jawoll. Dicke Kaliber, so wie es sein soll. So, Pistolenkills hatten wir alle. Das heißt, wir nehmen das Schrotgewehr. Hallo. Genau bei solchen Sachen liegen gerne mal irgendwelche Sachen direkt neben der Tür. Solltet ihr unbedingt gucken, wenn man da schnell dran vorbeiläuft. Aber diesmal nicht. So, kommt her Opfer. Wir haben keine Leuchtpistole. Wenn Vögel kommen, sind wir ziemlich genutzt. Okay. Ja, während der Kampf sind wir nicht immer ein ganz bisschen ruhig. Hochkonzentriert sozusagen. Aber das ist doch mal zum allgemeinen Wohl. Der Multitask ging irgendwie. Dafür habe ich das falsche Geschlecht abbekommen. Die Tür wird zum Glück gar nicht erst versuchen, auf uns zu fliegen. Und anscheinend hätte ich mir das sparen können, da einen konzentrierten Strahl reinzuhalten. Wobei das bei dem ersten ja sich schon empfiehlt, weil die ja... Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte. Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Oh nein. Kriegen sie Barry noch? Der hat sich zu jemandem entwickelt, der eigentlich dann doch noch eher hier auf der Liste der Verbündeten steht. Also ganz eindeutig auf der Liste der Verbündeten steht. Es wäre schade drum. Sagen wir es mal so. Ich hab den erst gar nicht gesehen. Oh, daneben. Oh, 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 oh. Ugh! Die Hälfte. Todbine. und er hat automatisch die waffe gewechselt das ist ja auch mal nett dahinten ist die kiste die wir suchen die wir schon die ganze zeit suchen na endlich ein symbol von licht geborgenheit so dann sind wir jetzt inzwischen drei leuchtemunitionsschloss das ist echt nice die können uns das noch an vielen stellen noch ein bisschen leichter machen wahrscheinlich an genau drei stellen wenn ich mich ein bisschen doof anstelle an zwei stellen aber hey immerhin wasser ich hasste wasser in dem schrank waren wir schon okay wird mir da gerade nachschub holen mal ein bisschen fröhlich musik hier anstrengen viel zu gruselig finde ich weil ich eigentlich finde es geht noch sind manchmal so ein paar ganz miese szenen irgendwie was weiß ich nein ein verlassenes haus mitten im welt hoffentlich muss ich da nicht durch und dann nächste mission durchqueren sie das haus wo die tür ist so hoffentlich muss ich nicht durch den keller gehen sie durch den keller aber nun gut alles in einem es ist ja noch relativ hell im vergleich zu resilient evil oder sowas hartmann sah zu wie wags gesicht sich entspannte der mann war fraglos ein kämpfer noch auf dem bett hätte er hartmanns nase fast ein zweites mal gebrochen doch mit ein wenig zeit würde er weg schon brechen und in die richtige richtung lenken weg war das vielversprechendste versuchsobjekt seit seit tom schlafen sie gut flüsterte hartmann lächelnd ich kümmere mich um sie er schniefte kräftig um seine pochende nase frei zu machen das blut schmeckte er kaum ich würde sagen der gute hartmann einfach mal einen auftrag von einer höheren macht bekommen und sorgt jetzt dafür dass die gute barbara zurück in die welt kann beziehungsweise das was in barbara drin ist ich glaube nicht dass das eine person selber ist sondern halt wird eine macht sein die dahinter steht jetzt kommt bestimmt noch mal welche von hinten na kannst du das tor öffnen vielleicht ich habe es zugehauen als die bösen aufgetaucht sind und der schlüssel saß etwas locker im schloss als ich habe ihn gleich nur keine sorge na rat mal was jetzt hier kommt und dann auch noch so viele mach schnell Barry ja ich bin schon dabei au oh wir krepieren ey dass man auch tatsächlich nur drei schläge aushält ah und es ist blöd das sprinten die gleiche taste ist wie ausweichen denn dadurch nimmt er dann eher das sprinten ich wechsle jetzt direkt mal zur pistole weiiil das wird besser sein Ich habe einfach mehr Schuss. Oder wir machen einfach einmal einen auf den hier. Dahin kommen noch mehr. Komm schon. Oh nein. Hatte ich immer noch die Leuchpistole? Oh nein. Das wollte ich gar nicht. Barry. Alte Scheiße. Reiß dich zusammen. Wir kommen gleich von der Seite Gegner. Barry. Der Mann, der mich verarschte. Und der von der Seite kommt gar nicht. Wundert mich gerade ein bisschen. Ja, los. Toi, jetzt wo ich sie alle weg habe. Den machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Munitionen haben wir auch genug. Da kommt noch einer. Ich würde ganz gerne auch noch die Kills mit dem Schrotgewehr bekommen. Gut. Ja, ja, ganz ruhig. Jetzt ist es auch egal, weißt du. Jetzt ist es auch egal, weißt du. Das ist ja auch noch. Vielen Dank.